Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, dass ihr alle gut in diesen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 19.200 US-Dollar. Im Endeffekt genau da, wo wir gestern vor der Fett-Zinsung aufgehört haben, sind wir jetzt wieder angekommen. Trotzdem war ordentlich Volatilität da drin. Wir gehen jetzt nochmal gleich näher drauf ein, was ist passiert, wieso, weshalb es etwas passiert. Schauen wir uns gerne nochmal an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und Reminder, heute Abend 19 Uhr Livestream. Dort schauen wir uns auch nochmal Bitcoin an, schauen uns eure Altcoin-Wünsche an. Also wenn ihr Bock habt, gerne heute Abend um 19 Uhr auf diesen Kanal vorbeischauen und ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, dann würde ich sagen, direkt in die Bitcoin-Chart-Analyse. Wie gesagt, 19.150 US-Dollar traden wir momentan. Wir sehen hier diesen krassen Wig, der gestern hochging auf knapp 20.050 US-Dollar. Das war genau da, wo wir gestern live waren. Ich habe kurz vorher gesagt, zwei, drei Minuten vorher, ey, ich glaube, wir gehen erst ein bisschen hoch und dann dampen wir instant nach unten. Und genau so ist es im Endeffekt gekommen. Sofortiger Aufkauf. Ich glaube, so eine Minute genau in der letzten Minuten-Candle von 19.59 Uhr. Genau da ging dieser Pump nach oben hin und dann sofort der Dump. So schnell hat Trading-Fuel nicht reagiert. Viele Börsen haben ein bisschen gespackt. Auch persönlich bei mir. Ich habe relativ schnell auch live im Stream dann kurz mal meine ganzen Trades geschlossen, weil mir das einfach zu heikel war. Daraufhin wieder so eine kleine Gegenbewegung bis auf ungefähr 19.700 US-Dollar. Und dann heute Nacht oder heute Morgen ging es da nochmal ordentlich ab bis auf ungefähr 18.000 US-Dollar. Was passiert jetzt? Ich habe jetzt mal hier das FIP-Level einigermaßen akkurat gezogen. Von unserem Peak bis zu unserem Low. Und da sehen wir, wir haben jetzt das Golden Pocket hier vor der Nase bei ungefähr 19.300 US-Dollar bis ungefähr 19.400 US-Dollar. Aber Ineffizienzen wurden geschlossen. Volumen ist keins im Markt. RSI schon wieder relativ weit oben. Wir sind zwar hier auf dem 15-Minuten-Chart, aber trotzdem sollten wir den nicht vernachlässigen. Auch auf den 1-Stunden-Chart sind wir schon wieder im 60er-Bereich angekommen. Wie gesagt, die Bewegung hier nach oben finde ich mehr so eine kleine Gegenreaktion von dem Dump. Einfach diese Erholung nochmal. Und jetzt eben diese kleine Gegenbewegung nach oben ohne wirklich viel Volumen. Auf den 1-Stunden-Chart ist kein gutes Zeichen, dass es hier wirklich nachhaltig ist. Was ich mir trotzdem noch vorstellen könnte, die Gegenbewegung geht übers Golden Pocket bis hier in die Richtung 200er, S&A 200er, EMA auf dem 1-Stunden-Chart. Und dann sollte die Luft raus sein und ich denke, wir begeben uns noch in Richtung 17.500 oder 17.000 US-Dollar. Habe ich ganz ehrlich gestern schon mit gerechnet oder jetzt im Laufe des heutigen Tages. Aber gut, dadurch, dass wir doch so einen krass extremen Wig hatten von 10% von ganz oben bis nach ganz unten, ist jetzt erstmal hier ein bisschen Konsolidierung angesagt. Trotzdem, nichts ist bullisch momentan. Müssen wir ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe gestern auch gesagt, lass die Finger erstmal. Gestern vor allem vom Trading. Heute haben wir schon wieder ein bisschen mehr hier. Die Zeichen mit dem Golden Pocket, was wir möglicherweise shorten könnten mit den 200 S&A, wo wir dann Stop-Loss-Anhaltspunkt haben. Aber wie gesagt, Bullish sieht momentan nichts aus hier im Bitcoin-Chart. Wie gesagt, wir haben hier noch diesen kleinen Wig bei ungefähr 20.050 US-Dollar. Ich bezweifle, dass wir uns den jetzt noch so schnell holen. Hat den Aspekt, das Volumen, was wir hier gebildet haben, ist hauptsächlich hier unten reingekommen. Also hier in dieser Candle, die Stop-Losses haben wir hier dann schon wieder rausgefischt. Deswegen die Volumen-Candle können wir langsam wieder vernachlässigen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir uns auf jeden Fall diesen Peak hier bei 17.500 US-Dollar auf jeden Fall noch holen. Und ich habe es gestern im Video schon angedeutet, dieses Tief wurde an einem Wochenende gebildet. Heißt, CME hat zu, die Institutionen und Banken, die großen Fische konnten da nicht diesen Wig holen. Deswegen die Chance meines Erachtens weiterhin sehr, sehr hoch. 17.000 US-Dollar, wenn nicht sogar 16.000 US-Dollar. In den nächsten Tagen, nächste Woche vielleicht, aber ausschließend tue ich es nicht. Und erst dann mache ich mir Gedanken, dass wir hier vielleicht etwas bullischer werden. Vorher kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gut, soviel dazu zum heutigen Tag. Wie gesagt, heute Abend dann Livestream. Schauen wir uns gerne nochmal ein bisschen genauer an. Ethereum kann ich noch beglückwünschen. Jeder, der die letzten Videos immer gesehen hat, ich habe immer gesagt, ich wünsche mir hier, diese Ineffizienz zu schließen. Die war bei, ich sage jetzt mal, 1.405 US-Dollar. 1.400 US-Dollar, habe ich immer gesagt, möchte ich geschlossen haben. Muss man ganz ehrlich sein, ich habe vorher, wo haben wir es denn, diese Linie hier drinnen gehabt. Die hier habe ich drinnen gehabt. Deswegen 1.400 US-Dollar, habe ich gesagt. Stop-Loss, beziehungsweise hier den Trade reingehen. Wurde ein bisschen perfekt eigentlich abgeholt gestern. Das habe ich mir noch gewünscht. Ich habe sogar noch gestern im Livestream gesagt, hier die Ineffizienz, die holen wir uns noch, wäre echt wünschenswert. Und dann Abfahrt nach unten. Und dann haben wir auch sogar meine erste Nachkaufzone getroffen. Ich habe es ja schon öfters gesagt, ich bin raus aus Ethereum. Habe jetzt aber wirklich meine erste Stop-Order, meine erste Spot-Order hier getätigt bei 1.220 US-Dollar. Habe ich auch die letzten Tage immer wieder gesagt. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, hier kaufe ich. Plus wir haben jetzt hier auch noch eine kleine Bullish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Sehen wir ganz gut. RSI, höhere Hochs, wir haben tiefere Tiefs hier im Chart. Jetzt kommen wir natürlich hier auch erstmal in den S1, also in den Monats-Pivot, S1 in den Widerstand. Plus die 4-Stunden-Emer-Ribbons kommen hier noch. Also ich kann mir gut vorstellen, nachdem die Ineffizienz hier jetzt geschlossen ist, dass wir uns vielleicht noch die nächste holen. Wartet mal, ich verschiebe das mal ganz kurz. So, jetzt, dass wir uns vielleicht, wo haben wir es, hier diesen Bereich noch holen. Das heißt, die 1.310 US-Dollar. Und dann wird es schon happig. Ob wir wirklich hier schon das Tief gesehen haben, wage ich zu bezweifeln, weil hier haben wir noch diese Volumenkernel. Also wir haben hier noch eine Menge, Menge Volumen, was hier unten reingekommen ist. Deswegen kann ich mir hier noch Kurse bis 1.200, wenn ich sogar 1.120 US-Dollar vorstelle. Das ist unsere riesige Kaufzone, wo ich hier eingezeichnet habe. Die nächste liegt dann erst wieder hier in dem Bereich der 800 US-Dollar. Aber hier dieses Void wäre Bombe, wenn wir noch schließen könnten. Ansonsten gibt es bei Ethereum wenig zu sagen. Eher weiterhin auch hier short gerichtet. Long Szenarien sehe ich hier momentan nicht. Dann ein Coin, der sich erstaunlich, wirklich erstaunlich gut hält. Gestern schon darüber gesprochen oder die letzten zwei Tage. Wichtig war, wir haben das Breakout gesehen gestern mit einem Daily Close sogar, trotz dieser FET-Entscheidung plus den negativen Werten überall im Chart. Daily Close in dieser Range bzw. drüber und jetzt die Tage komplett impulsiv. Hier wird es jetzt aber sehr, sehr wichtig sein, wie wir schließen. Schließen wir mit einem höheren Hoch, sage ich mal hier in diesem Bereich. Warte, ich zeichne euch das mal ein. Also das heißt, wir kommen über den Tag noch über dieses Hoch hinaus, schließen dann aber hier bei ungefähr 0,41,2,2 ist es bearish zu werten. Das heißt, wir haben uns einfach nur die Liquidität hier über diesen Bereich geholt, schließen drunter. Kein gutes Zeichen. Schließen wir hingegen, sage ich mal, in diesem Bereich des Pivots hier sogar mit einem höheren Hoch einerseits plus Tagesschlusskurs weiter hoch. Könnten wir den Abtrend sogar noch fortsetzen und uns den Bereich hier dieses letzten Hochs vielleicht noch holen bei ungefähr 0,46. Das wäre so ein Bereich noch oder hier dieser Bereich bei, was haben wir hier, 0,45 fast genau. Das wären so die Bereiche, die ich euch ans Herz legen möchte, wer da vielleicht noch in den Trade drinnen ist. Profite langsam rausnehmen, hier oben dann größere Profite und dann muss man neu beurteilen. Aber das sind so die zwei Zonen, die wir jetzt erst einmal im Blick behalten sollten. Brechen wir die Zonen, haben wir auf jeden Fall Puffer bis 0,55 US-Dollar Cent. Gut, soviel zu den Charts. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Münsche habt, gerne unten in die Kommentare schreiben, dann schauen wir uns die morgen früh an. Ansonsten heute Abend im Livestream. Jetzt nochmal ganz kurz zu den News. UK soll globale Krypto-Drehscheibe werden. Gute News. UK, nachdem sie aus der EU raus sind, war sowieso die beste Entscheidung, siehe Euro. Aber gut, anderes Thema. Lest euch gerne den Artikel durch bei CryptoGuru. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, kommt in die Telegram-Gruppe, in die kostenlose Telegram-Gruppe, um es zu betonen. Auch da kriegt ihr immer wieder Updates, kostenlose Trades und sowas. Gerne reinkommen. Ansonsten sehen wir uns heute Abend, 19 Uhr. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. .